Kein Feuer, keine Kohle kann brennen so heiß, als wie die heimliche Liebe zwischen Bayer und Preislos. Das ist gut, ich bin Marc Berchtskorn, ich bin der Huberwölfe. Wir haben heute die Öffnungsveranstaltung von den weiß-blauen Wirtshauswochen im Zentrum von Berchtskorn. Da präsentieren sich die zehn Wirte mit den Sponsoren zusammen mit einer Aktion Alles für einen Euro und Produkte aus der Region für die Region, um eine Regionalität und den Landkreis zu präsentieren für den Gast und den Einheimischen. Das sind zehn Wirte, das ist das Wirtshaus Lachtal, der Zauberwald, die sind in der Ramsau, dann das Gebirgshössl, die sind in der Engedei, das Oberstein gehört zur Gemeinde Schellenberg, sowie das Gasthaus Kugelmülle, der Goldene Bär und der Bieradam sind im Berchtesgaden und der Schusterstein und das Gasthaus Hotel Brunneck sind in der Schönau zu Hause. Heute Abend gibt es hier bei den Öffnungsveranstaltungen verschiedene Spezialitäten, unter anderem Kaspressmittel, Wildsülze, Surbraterl, Kassnocken, Weißwurstpflanzerl, die Sponsoren versorgen, die Leute mit Getränken, das sind unsere drei Brauereien, das ist Hauptthaus, Berchtskorn, der Winninger und der Böderbrei. Dann haben wir für die nicht-alkoholischen Freunde einen Adelholzner da. Es gibt direkt Streit, wer was wo als erstes kriegt, damit er ja was erwischt, bevor was ausgeht. Der Louis geht eine Spendensumme an die Berufsschule verlassen für die Berufsförderungsklassen der Gastronomie. Das Wetter haben wir bestellt heute, damit das passt. Also das wird heute ganz zünftig. Und dann haben wir noch das Ochslauenbrio da. Ich hoffe, die spielen heute mal was Gescheites. Und wenn gute Laune da ist, dann machen wir auch ein bisschen länger. Das ist Poleg rein.